In der Kirschner Werkstatt Martina Greggers entstehen tolle Designerpelze und Accessoires aus Pelz und Leder. Kunden kommen mit ihren zu schweren und unmodernen Pelzen zu uns, um daraus ein neues und modernes Einzelstück fertigen zu lassen. Als erstes wird der alte Pelz vom Innenleben befreit, wodurch er deutlich leichter wird. Die Schnitte zeichnet Kirschnerin Martina Greggers selber. Es fließen neue Ideen und Anregungen für das auf Maß gefertigte Einzelstück ein. Jeder Pelz wird nach alter Handwerkskunst mit innovativer Ideenvielfalt und Liebe zum Detail verarbeitet. Oftmals wird das Fell vor der Weiterverarbeitung gerupft, geschoren oder gefärbt. Im Vergleich einige Pelze, Waschbär, Persianer und Nerz vor und nach der Bearbeitung. Einige Beispiele aus meiner Kollektion, wie diese ausgefallenen Taschen. Diese Muffhantasche wurde aus gefärbtem Rotfuchsfell gefertigt. Hier eine von vier Auszeichnungen der Kirschnerinung für außergewöhnliche Leistungen im Pelzdesign und in der Verarbeitung. Begeisterte Kunden jeden Alters verlassen gut beraten und mit Top-Ergebnissen unsere Kirschner-Werkstatt. Wann kommen Sie? Wir freuen uns auf jede neue Herausforderung. Wir freuen uns auf, wie Sie sehen, wenn Sie sollen. Wir freuen uns auf, wie Sie gehen.